Boah, der Block unter mir wäre auch der letzte gewesen, ne? Wie geil. Aber wenn man hier so rumguckt, um die Ecke, hier so, ja, wir fahren ein bisschen weiter, dann sieht man, dass da auf der Höhe was ist links. Vielleicht will man es so rüber. Kack-Stellung. Was links? Ja. Ich meine, da ist irgendwas. Wenn man jetzt hier so durchgeht... Ja, stimmt. Noch mehr Hölle. Ja, aber guck mal hier, hier kommen wir runter. Ja, warte, ich komm... Hier sind noch ein paar Nethersteine, falls du die mitnehmen willst. Ja, warte, ich, besser hier mal ein bisschen was aus. Kann ja nicht so weitergehen, das sieht ja kacke aus. Dieses feuergefährliche Loch manchmal im Zoo hier. Ja, super gefährlich so. Ich will dasselbe Haus nochmal hier haben, ne? Nur mal so zur Info. Ja, klar. Aus Nethersteinen aber, ne? Genau. Weil das so robust ist und so stabil. Kann man schnell umbauen. Sehr flexibler Werkstoff. Schwein! Ich muss erst mal die ganzen Büsche wegschmeißen, die ich vorhin aus Versehen aufgehoben habe. Warte, der Minecraft wäre leise gemacht. Warte, ich guck nochmal eben. So, ich glaube, Minecraft sind wir leise geredet. Ich weiß auch nicht, was im Moment los ist mit meinen Sachen, die ich hier habe. Komisch, komisch, komisch. Weil da Zombie-Geräusche... Ja, gerade waren hier noch ganz viele Schweine. Da unten noch. Das sind bestimmt die Diablo-Hacker. Da hast du einen Trojaner drauf. Oh, das wäre schlecht. Die haben ja sowieso schon mein ganzes Inventar leergeräumt, die Wichser. Hast du halt den wiedergekriegt von Blizzard? Ne, ich habe das jetzt gestern gemeldet. Heute war ich noch nicht drin. Achso. Nein! Wollt ihr uns jetzt die Gloster uns da holen? Ja, schon mal hinbauen, so vorsichtig. Ich mach halt lieber aus Diamantenblöcken, die gehen nicht so schnell kaputt. Oh, hast du irgendwas zu essen? Ja. Gib mal schnell was. Warte. Ich bin schon wieder am Verhungern. Einmal und... Maa! Oh, warte, wo ist dein Fleisch? Die kackt Pflanze wieder. Aber leider kann ich die nicht aufheben. Aber doch, kann ich wohl. Was soll ich jetzt damit machen? Guck genau hin. Hier, da, sag. Nein! Jetzt soll ich da herspringen. Äh, was ist mit Fleisch? Ich habe normales nicht mehr. Ich kann dir rohes anbieten. Ja, das habe ich auch noch. Dann esse ich das jetzt. Bah! Ekelhaft, ey. Du ekelhaftes Schwein. Willst du jetzt echt hier den Glowstone sammeln? Warum machen wir das nicht lieber da drüben, wo da drunter... Äh, da siehst du hier gerade aus, da oben? Boah, ist das ein Vorkommen. Ja, vor allem ist das über Boden. Und nicht über Lava. Ja, er hat ja Angst um sein Leben, weißt du. Ja, habe ich auch. Hier liegt Holz. Warum liegt dein Bücherregal? Habe ich da hingeschmissen. Ich brauchte Platz für Netherstein. Na gut. Ja, ein Ding kann man, glaube ich, entbehren. Hier sind noch mehr Schweine. Ja, ich höre schon. Ich habe sie angelockt. Und die mögen dich nicht. Nee, die hassen mich. Dafür, dass du sie angelockt hast. Uh. Ich höre hier von irgendwo hinterm Busch noch welche. Hinterm Busch. Da sind nochmal zwei. Oh, und ein Gas da hinten. Oh ja. Ah, der beschießt aber nicht. Alles klar. Aus der Nähe kriegen wir den ja wohl tot. Oh, ein Herz noch. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Nein, mach doch sowas nicht. Boah, in einer Folge viermal sterben. Das habe ich auch noch nicht geschafft bisher, ey. In einer Aufnahmesession folgt das ja mehr. Oh, noch ein Schwein. Hilf mir. Oh nein. Oh nein. Der baut ja erstmal schön. So. Das Bücherregal wird nicht verschwendet. Wird da hingelegt, ne? Können wir demnächst mitnehmen. Hast du gesehen? Ja. Ist viel voll eingerichtet. Können wir hier unten mal ganz entspannt ein Buch lesen. Schön warm. In einer Hölle so. Aber ich muss erstmal ein bisschen regenerieren hier, ey. Also. Ja, ich muss wieder regenerieren. Oh, warte, hier sind, hier sind EP-Bälle. Ja, von meinen getöteten Schweinen. Hab Dank, holde meint. Ich renne jetzt auf den Gast los und bringe den um. Ich mach das jetzt wahr. Oh, das Schwein. Oh. Wie geil das aussah, ne? Oh, ich bin wieder zu Hause. Kannst du mich mal porten? Können wir direkt ausprobieren, ob ich jetzt zu dir geportet werde. Warte. Oh, helf dich, ey. Ach Mist, das habe ich nie vergessen. Kann ich alles noch neu schreiben. Du schreibst halt hier neu. Du brauchst nur den Pfeil nach oben drücken. Echt? Ja. Ma. Oh, oh, oh. Wo sind meine Sachen? Weiter links. Oh, da toll. Direkt wo der Gast ist. Oh, oh, warum hasst er mich? Oh, gleich kann er niemanden mehr hassen. Es ruckelt alles. Jetzt kann er niemanden mehr. Ach, sauber EP für mich. Toll. Krieg wieder gar nichts. Also wenn ihr eine Idee habt, warum hier diese Hölle so extrem ruckelt, könnt ihr die ja mal gerne schreiben. Genau, da hinten ist noch ein Schwein. Ah, ich glaube, das ist immer, wenn sich was aufbaut, zusätzlich. Ich glaube auch, da muss man kurz stehen bleiben. Und dabei nicht über Lava springen gerade. Da sind drei Stück, ne? Drei Schweine. Ja. Komm her, du Bastard. Ja, ich bin kein Freund. Nicht schlagen. Ich bin kein Freund. Nicht. Nicht hauen. Oh nein. Oh, ich bin gleich tot. Ah. Aha. Komm, 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 komm. Nein. Nicht hauen, nicht hauen. Nein, mach ja nicht. Ich brauche unbedingt noch mehr Pilze. Du brauchst noch mehr EP, bis ich dich töte. Du Schwein. Da brauche ich extra eine riesige Lava-Trap in unserem Haus. Boah. Da will ich verbrennen mit allem, was da drin ist. Nee. Nee, ich übergieße das ganze Haus mit Lava und dann spamme ich von innen drin per Schalter TNT. Boah. Pass auf, hinter dir. Aua. Aua. Und mit dem Lexus hat auch alles ein bisschen härter, ne? Ja. Also, oder mit dem Ping allgemein. Also, ich meine, immer, der Ping ist richtig scheiße hier. Ach, sauber. Groß Hühnchen geht ja auch Ast rein, ne? Wie viel gibt das denn? Ja, äh, wenig, aber hat gereicht jetzt. Sollen wir mal wieder hier raus, weil wir rennen ganz schön weit weg von unserem Startpunkt. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich baue mal eben was. Hey, hier war er nicht. Hier sind nämlich Schweine schon wieder. Ich baue mir mal eben eine Pilzsuppe. Ah, lecker. Im Singleplayer kannst du die Schweine ein bisschen besser abhalten, so, ne? Ja. Und hier? Steh dir auf einmal vor dir, oder? Da hast du schon eine hängen. Äh, wo läufst du hin? Ah, da bist du. Ja. Ich glaube, wir müssen hier rum. Warte, ich lasse ja immer das andere Video rückwärts abspielen. Schon wieder? Genau, rückwärts laufen. Oh, da ist noch ein Goldnugget. Warte, unser Bücherregal ist ein ziemlich gutes... Oh, boah, todesmutig bin ich hier rübergesprungen, ey. Oh, krass. Boah, hätte alles vorbei sein können. Erstmal gestorben dann. Im ganzen Spiel. Ich weiß schon, warum ich Kriegsdienstverweigerer bin, ey. Stell dir mal mich im Krieg vor. Ja, da hat man doch gar nicht angefangen. Da bin ich schon tot, ey. Genau. Hier ist ihre Waffe. Boah, selber in den Kopf geschossen. Hä, was hat der für eine Waffe, Tod? Wo kamen wir denn her? Hier hoch? Ja, ne? Boah, ist das am Ruckeln, ne? Wir müssen unbedingt hier raus. Aua! Oh, nein! Überfall! Das ist ein bisschen nass. Nein! Das ist ein Überfall. Wie krass. Du hast drei Stück von oben runtergesprungen. Boah, war das krass. Boah, alle Sachen, ne? Ja, alle. Hilf, nein! Boah, war das heftig. Ich hatte Level 10. Haha. Boah, jetzt ist hier schon direkt ein Schwein am Eingang. Ja, noch sind ihr lieb. Wo sind wir denn hergelaufen? Hier? Ne, hier hoch. Aber wie geil das war, ne? Ja, mich würde ja echt mal interessieren, was, was das für ein CPU ist, der das hier berechnet. Der ist bestimmt so ein Medion-Notdruck angeschlossen, wo der Surf läuft, ey. Ja, ich muss da fragen, ob da was noch geht. Ja. Ja, ist doch kacke. Guck mal, jetzt hat er hier Standbild komplett. Ja, bei mir rucke jetzt auch ziemlich krass. Und hier waren wir ja schon, ne? Finger weg! Jetzt müsst ihr den mit der Hand totschlagen. Ja, du Penner, ey! Hilf mir doch mal den zu töten. Ich wollte erst mal eine EP holen, warte. Ja, Mann! Jetzt kann ich wieder da hinrennen. Porte mich mal vorher. Träfft mich, ey. Ja, er lenkt... Oh nein, der kommt, der kommt. Er lenkt den Pikmin ab und ich hole die EP. Ja, im Dreck sagt der Debitor, ey. Vielleicht kann man da oben drücken. Krass, guck mal, wie schnell das geht. Ja, dann geht das auch schnell, wenn ich jedes Mal alles tippen muss, ne? Ja. So, wo sind meine Sachen? Hoffentlich war noch nicht so viel Lava unten drunter. Toll. Genau hier sind wir gestorben, ne? Ah, ich hätte meine Sachen, ich konnte die nur gar nicht sehen. Da unten ist noch EP. Aber will ich jetzt nicht haben. Ja, da liegt aber auch noch die Hälfte meiner Sachen da unten. Boah, wie krass das war, ne? Komm, ich hab' immer drei Schweine, wenn du... Wo kam die denn her? Auch von hier oben, ne? Ja. Die waren voll aggro. Was ist denn mit denen los? Ja, die haben gesehen, wie wir deren Kollegen zur Wurst verarbeitet haben. Ätzend. Das fanden die nicht so geil. Irgendwie. Die wollten dann auch ein bisschen Menschenaufstrich haben. Bah. Gehst du jetzt gerade nach unten? Ne. Ich geh' da nicht runter. Ich hab' die Gasträne, den Zaubertisch, meine drei Sachen, das reicht. Ja, warte. Vieles nicht weg. Oder gehst du jetzt da runter? Ja, sauber, noch ein Level gekriegt. Da ist noch eine Kugel, ne? Ja. Da hast du sie doch. Toll, dat war nix. Diese scheiß Viecher, ey. Dat war echt heftig. Nein, jetzt stehen hier vier Stück. Ja, die bähme ich jetzt bestimmt hier runter. Ne, ich hab' ne bessere Idee. Also, ich will hier raus. Ich auch. Aber ich hab' ne gute Idee, wie wir hier unbeschallt rauskommen. Oh, 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 oh. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Wer? Wo bist du denn? Ja, sauber, voll am Ruckel, ne? Los. Erst mal schnell ne Pilzsuppe. Oh, sind die unverwundbar gegen Feuer, die Viecher? Ja. Die leben in der Hölle, was ist los? Ja, weiß ich doch nicht. Obwohl, ne, sind die gar nicht. Ey, wo ist denn jetzt unser beschissenes Portal? Ja, wo bist du denn? Also, ich weiß, wo das Portal ist. Ah, ich auch, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ah, ich hab' die aber alle umgebracht. Gut. Vier Stück. Bin schon wieder Level 9. Echt? Nein, nein. Voll hardcore so. Komm, lass mir hier raus. Das Hölle ist mir momentan nicht zumutbar so ganz. Aua. Ne, schnell raus hier. Boah, ist ja fast in das Loch da rein. Ist das ein Loch nach unten, was? Ja, nur untere Etage. Oh, gut, die Welt ist besser. Ja, viel, viel, viel freundlicher hier. Soll wir jetzt vielleicht auch mal einen Cut machen, wenn wir jetzt gerade wieder aus der Hölle kommen? Ja, natürlich, warte, dann gehe ich nochmal eben in mein Zimmer. Ne, warte, wir gehen. Wir machen einfach hier einen Cut. Können wir auch. Ja, alles klar, dann sag ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschö. Ah, ein schönes Büschchen. Tschüss. Tschüss.